Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Was hat die Schauspielerin Andre Hedburn, Altbundesrat Adolf Ogi, der Schauspieler Charlie Chaplin und der Papst im Vatikan gemeinsam? Genau, es sind alles Berühmtheiten. Aber das? Nein, das meine ich nicht. Sie haben alle eine Spezialität aus Zug probiert und sich in sie verliebt. Wisst ihr nun, von welcher Zuger-Spezialität aus Kirschen ich spreche? Genau, ich spreche von der einzigartigen Zucker-Kirschtorte. Heute bin ich hier beim Konfiserie-Meister Adrian Britschki in seinem Reich im Café Konfiserie Strickler, hier im Herzen von Zug. Hier kann man schön draussen auf der Sonnenterrasse sitzen und ein saftiges Stück Zugger-Kirschtorte geniessen. So, wunderbar. Wow. Jetzt wünsche ich euch einen guten. Dankeschön. Danke. Inzwischen hat die Zuger-Kirschtorte weltweit schon so viele Preise gewonnen. Da lohnt es sich allemal, diese gute Torte mal zu probieren. Mmh, fantastisch. Aber wisst ihr, wie sie hergestellt wird? Nun bin ich bei Adrian Britschki in seiner Backstube in der Konditorei Schlüssel in Menzingen. Die echte Zuger-Kirschtorte muss strengste Vorlagen erfüllen. Sie ist maximal 5 cm hoch und sie ist immer rund. Sie muss einen Durchmesser von mindestens 10 cm haben. Grösser darf sie natürlich sein, aber auf keinen Fall kleiner. Wir Schweizer machen keine halben Sachen. Und so entsteht die echte Zuger-Kirschtorte. Dazu benötigen wir ein Biskuit, das wir in zwei Teile schneiden. Weiter benötigen wir zwei Japonee-Böden. Nun wird der Japonee-Boden mit Kirschbutter-Creme bestrichen. Jetzt setzen wir das Biskuit auf. Genau jetzt kommt der gute Geist. Nun wird das gesamte Biskuit mit reichlich Kirschsirup getränkt. Nun folgt eine weitere Schicht Kirschbutter-Creme und der zweite Japonee-Boden wird aufgesetzt. Wichtig! Für eine optimale und gleichmässige Kirschverteilung wird die Torte nun gedreht. Nun wird sie mit Kirschbutter-Creme, die mit Randensaft gefärbt ist, eingestrichen. Ihr denkt jetzt, Randensaft? Ja, ja, das Gemüse. Da könnt ihr froh sein, endlich mal eine gesunde Torte. Jetzt wird sie bestäubt mit Puderschnee. Und das typische Rautenmuster wird eingezeichnet. Zum Schluss wird noch der Rand mit gerösteten Mandeln eingestreut. Und fertig ist die echte Zuckerkirschtorte. Eigentlich sollte die Zuckerkirschtorte mit einem weiteren Preis gekrönt werden. Die gesündeste Torte der Welt. Denn welche Torte besteht schon aus Gemüse und Früchten? Naja, gut, die Früchte sind destilliert. Tschüss!